So, lieber Tom, wir gehen jetzt auf eine Halloween-Feier. Sei schön, brav und mach nichts kaputt. Macht euch keine Sorgen, Eltern. Hilfe, was ist hier denn los? Hab keine Angst, ich bin ein netter Geist. Möchtest du mein Freund werden? Ja, es wäre toll. Ich wollte immer einen Geisterfreund haben. Tom, wir sind wieder zurück. Hilfe! Eee, eine Spinne! Die habe ich richtig erschreckt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020